Ich bin Simon Hege, angestellter Zimmerermeister bei der Firma Bürger Holzbau in Bönnigheim. Wir sind Spezialisten im Massivholzhausbau. Am Holz gefällt mir besonders, dass es ein warmer und lebendiger Stoff ist, ökologisch und nachhaltig. Die Tauchsäcke kommen bei mir meistens bei Plattenwerkstoffen zur Anwendung. Gerade mit der Schiene ist es natürlich ein sehr präzises Werkzeug, ein sehr mobiles Gerät und somit vielseitig einsetzbar. Beim Schneiden mit der Tauchsäge ist mir besonders wichtig, ein sauberes und zügiges Arbeiten, ein staubfreies Arbeiten. Die neue Hilti Tauchsäge passt bei mir hervorragend ins Unternehmen, weil wir die NURON Akkus in der Firma haben und da fügt sie sich hervorragend in unsere Reihe ein. Das ist ein sehr präzises Gerät, das macht sehr viel Spaß zu arbeiten. Ich finde auch die Verarbeitung und die Einstellmöglichkeiten sehr präzise, sowie auch die Winkeleinstellung und dass man über 45 Grad verstellen kann. Liegt super in der Hand, Sägeleistung hervorragend. An den Sägeblättern gefällt mir gut, dass die sehr dünn sind, dass auf jeden Fall der Akku lang hält. Das Vielzahn hat auf jeden Fall einen sehr sauberen Schnitt. Beim Diamant-Sägeblatt wenig Stau. Bei einem Universalblatt kein Auswanzen, ein sehr sauberes Ergebnis. Ein weiteres gutes Tool von Hilti. Achtung. Bäh, 2, 3, 4, 5, 4, 5. ギ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, no 5, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 21, 19, 19, 20, 20, 16, 20, 16, 20, 20, 21, 22, 16, 18, 20, 20, 21, 21.